Moin Leute hier ist Josef von OutKite46.0 und heute habe ich den Adidas Originals 350 Echtledersneaker für euch. Der Schuh hat ein Obermaterial aus NABUK Leder. Die Außensohle besteht aus Gummi. Außerdem hat der Sneaker dank hochwertiger Verarbeitung einen sehr angenehmen Tragenkomfort. So Leute jetzt folgen noch die Aufnahmen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.